ja hallo zusammen ich habe heute mal wieder ein kleines video für euch und zwar bin ich zu einer bloggerreise nach bremerhaven eingeladen worden dort haben wir uns die stadt angeschaut ich war mit neun anderen reisebloggern zusammen unterwegs und was man dort so schönes machen kann in der stadt das zeige ich euch mal in den nachfolgenden knapp zwölf minuten viel spaß beim anschauen ein absolutes highlight bei der reise nach bremerhaven war eine fahrt mit dem seenotrettungskreuzer hermann rudolf meyer der dort stationiert ist und für die sicherheit auf see sorgt bzw bei unfällen hilft oder schiffbrüche gerettet ich hatte das glück da mitfahren zu dürfen was normalerweise nicht möglich ist da ich mit anderen reisebloggern unterwegs war hat man netterweise eine ausnahme gemacht das war so was von spannend wir haben eine kleine flaschenpost ins meer geschmissen ein paar wünschen vielleicht kommt es ja an vielleicht findet einer die flaschenpost und die wünsche gehen in erfüllung konnten dann noch eine sicht auf den hafen genießen und dann habe ich mir mal erklären lassen was die sehen und retter eigentlich sonst so machen einmal die besetzung des kreuzers das heißt dass wir mit dem kreuzer zum einsatz ausgefahren sind und im einsatzfall wird dann das tochterboden zu wasser gelassen weil sehen und retten vom kreuzer aus ist häufig nicht so gut weil wir hier ein freibord von etwa 1,80 m haben und eine 80 kg schwere person über diese höhe dann aus dem wasser zu ziehen bedeutet dass die 80 kg etwa sich auf 350 kg durch die hebelwirkung aufbauen und daher ist es günstiger wenn man dichter an die wasseroberfläche reingeht und das haben wir eben beim tochterboot dass wir dann über die bergepforte die ihr eben bei der tochterbootfahrt gesehen habt auf der linken seite auf der rechten seite tschuldigung ist die bergepforte eingelassen also auf der steuerbauerseite wenn wir die öffnen sind wir noch zehn zentimeter von der wasseroberfläche entfernen so dass wir dann verunfallte personen direkt von der wasseroberfläche abbergen können was sind die klassiker bei dem einsatz da ist die gesamte bandbreite dabei das abbergen von aufgelaufenen jachten bis zum verunfallten matrosen der quetschungen oder brüche bei ladungsarbeiten auf dem container fach da hat ist also wirklich alles dabei bis hin was wir hier auf dieser station noch nicht hatten aber auch anderen stationen kommt das vorhanden bis zu geburt an bord was ist das für ein motor den wir uns hier befinden das ist ein 23 meter senokreuzer der deutschen gesellschaftsrettung schirmflücher spezialschiff das eben für den such- und rettungsdienst in nord- und aussee entwickelt und gebaut worden wir haben spitzen geschwindigkeiten von 22 bis 23 landrechte wie mich es gibt da so eine umrechnungsform zwischen knoten und stundenkilometer bei knoten also etwa das doppelte das wären 22 mal 2 wären 44 minus zehn prozent das heißt etwa vier kilometer runter so dass wir bei etwa 40 stundenkilometern dann wären super dankeschön bitte gerne anschließend gab es dann noch was auf das ich mich auch schon richtig lange gefreut habe und zwar ein besuch im seefisch kochstudio dort können gäste sich kochshows anschauen und selbst bei der zubereitung von fisch helfen man hat da sehr viel gelernt also ich zumindest habe da einiges neues mitgenommen und wer kann das ein oder andere sicher mal zu hause ausprobieren aber ich schlage vor wir hören einfach mal ein bisschen rein und lassen uns erklären wie man richtig eine scholle filetiert viel spaß so mit ein bisschen mit dem löffel so ein bisschen auseinander wie man das ganze filetiert also ich zeige erst mal den schnitt bei vier filets wie man das aussehen ist als wenn es vier filets wären und zwar hier in der mitte ist eine linie das kann man ganz gut sehen ja in der mitte ist die linie auf dieser linie schneidet man dann dann hat man den fisch schon einmal geöffnet so dann schneidet man mit dem messer auf der grete entlang überall im bremerhaven ist natürlich das thema auswanderer präsent denn zwischen 1832 und 1974 verließen mehr als 7 millionen menschen deutschland über bremerhaven und brachen in ein neues leben richtung usa kanada australien oder sonstwohin aus das auswandererhaus erzählt diese geschichte in ganz eindrucksvollen sehen ich war richtig begeistert man geht durch ein schiff und kann richtig gut nachvollziehen wie es damals gewesen sein muss man hat wirklich das gefühl man wandert selbst aus und ja man muss da einfach mal hin und sich das anschauen ganz toll hier zum beispiel der blick in einen schlafsaal der dritten klasse da hat man gleich das gefühl man wäre damals dabei gewesen oder hier die new yorker central station die dann die geschichte weitererzählt wie die einwanderer in den usa ankamen wirklich sehr lohnenswert eine weitere einrichtung die man in bremerhaven unbedingt gesehen haben muss ist diese hier dabei geht man unter anderem durch die tropen durch wüsten macht einen ausflug zum südpol und vieles andere mehr was das genau ist habe ich jemanden erklären lassen der sich damit besser auskennt als ich also sieht aus als würden wir hier am schönen strand sitzen samoa aber wir sind nicht in samoa wo sind wir hier das ist richtig wir sind im klimahaus bremerhaven 8 grad ost und das ist hier eine von unseren neuen stationen im klimahaus ist auch der name ja auch schon geht es natürlich ums klima und wir wollen zeigen wie das klima uns beeinflusst aber auch wie das klima wie wir das klima mit einflussen und dafür geht man auch eine weltreise entlang des achten lenkengrads einmal um die welt und sich zu verschiedenen erdteilen und damit wollen wir zeigen wie schön die welt ist und ohne den zeigefinger zu erheben wie es ja auch beim klimawandel der fall ist zeigen dass es sich lohnt das zu erhalten wie zum beispiel hier die wunderschöne bucht auf samoa für wen eignet sich das klima aus für alle für alle generationen also das ist auch barrierefrei wenn man nicht so viel zu fuß ist kann man auch einen rollstuhl mieten das ist für kleine kinder wir haben auch für schulklassen ein ganz tolles programm zusammen gestellt also es ist wirklich für jung und alt geeignet besonders beeindruckt haben mich im klima haus die ganzen aquarien es besteht da übrigens die möglichkeit dass man auch mal so wie wir es getan wenn man eine backstage führung macht dann kann man auch mal hinter die kulissen schauen die technik dahinter angucken wie das funktioniert erklärt euch jemand anders also wir haben uns gerade backstage das klima aus angeschaut was kann der besucher dort sehen unsere backstage führung kann der besucher gesamten tierbesatz sehen die wir hier mit hause präsentieren und zwar nicht nur die tiere die wir hier in den großen talen und aquarien haben das sind ja ungefähr 650.000 liter wasser die wir haben im seewasser bereich sondern eben halt auch die ganzen nachzuchttiere jungfische daneben auch eine vielzahl an korallen denn wir betreiben eine korallenzucht hier im hause das heißt wir sehen zu dass wir den bestand selber für uns erhalten wir haben auch säugetiere sind in verschiedenen zuchtprojekten involviert für stumpf krokodile für buschbibys galagosen nachtaktive affen sind das für blaupunkt rochen für verschiedene korallen arten und das ist das ganze was man sich im backstage anschauen kann natürlich auch dann die technischen bereiche die wasseraufbereitung die wasser zubereitung die filterung den eingang der taucher in die becken wenn man glück hat kann man auch mal eine leifene fischfütterung beobachten dann werden unsere moränen gefüttert die rochen werden gefüttert von hand die haie wir haben kleine korallen katzenhaie auch für diese wir im zuchtprogramm ja und da gibt es eine vielzahl an dingen die man entdecken kann die der normale besucher so nicht sieht wem die backstage führung im klimahaus übrigens noch nicht exklusiv genug ist der kann noch was ganz besonderes im klimahaus machen dort gibt es nämlich auch ein kochstudio da kann man ganz leckere sachen probieren auch ganz außergewöhnliche sachen wie zum beispiel heuschrecken wir haben das getan und wie es geschmeckt hat das erklären euch jetzt mal die beiden reisebloggerinnen anna und aileen ich weiß nicht ob die auch über die heuschrecken was schreiben ich verlinke euch mal ihre profile unten in der video beschreibung schaut doch einfach mal rein habt ihr schon mal heuschrecken gegessen und könnt ihr es empfehlen für die nächste grill party einmal ja einmal nein einmal so la la das wird der renner das wird der renner das wird der renner also doch lieber mit einem steak future food nachhaltiges essen für mich auch das erste mal was ist das sind die gebatten heuschrecken wie man so schön sieht hier die wurden wie zubereitet die wurden quasi im wok mit öl so angeschwenkt und dann sind sie frittiert also ich bin gespannt ein bisschen haderig noch mit mir aber schon ein bisschen wie chips ne also kann man essen schmeckt gut ja wenn man nicht drüber nachdenkt dann ist es lecker natürlich kann man nicht nur so außergewöhnliche sachen wie heuschrecken essen in bremerhaven machen klassiker dürfte wohl eine hafenrundfahrt sein die ist natürlich zum einen per schiff möglich als auch per bus da fährt man dann an land einmal quer durch den hafen man muss bei letzterer version aber damit leben können dass man dort nicht fotografieren darf das ist nämlich streng verboten wer lieber fotos machen will sollte lieber mit dem schiff außen um den hafen rumfahren da kann man nach herzenslust fotografieren ich habe übrigens noch einen kleinen tipp für alle die auf versuche nach einem schönen hotel in bremerhaven sind ich bin hier im hotel im jaich das ziemlich zentral gelegen ist ein sehr schönes hotel das klima haus ist nicht weit entfernt da ist man in fünf bis zehn minuten hingelaufen und das hat ein echtes highlight hier auf dem zimmer was ich so in noch keinem hotel gesehen habe da hinten ist nämlich die weser und um die schiffe zu beobachten die da vorbeifahren hat das hotel hier ein fernglas ich gucke jetzt gleich mal was für schiffe ich damit so sehe quasi in direkter nachbarschaft zum hotel liegt übrigens der zoo am meer das ist für mich ein echtes highlight da ich ja ein totaler zoo fan bin und so ein zoo habe ich in deutschland noch nie irgendwo gesehen man hat sich da auf nordische tiere größtenteils beschränkt es gibt ein paar ausnahmen hier zum beispiel aber ansonsten hauptsächlich alles was am meer lebt er ist sehr klein aber dafür sehr sehr schön außergewöhnliche tiere wie dieses kleine sibirische eichhörnchen das ich total putzig fanden und mir stundenlang hätte anschauen können in bremerhaven ist wirklich alles sehr dicht beieinander alles ist fußläufig erreichbar ich habe deshalb noch einen kleinen spaziergang gemacht habe den zoo verlassen bin ein bisschen im hafen rumspaziert habe zugeguckt wie schiffe geschleust wurden leider hatte ich nicht das beste wetter war alles so ein bisschen grau in grau aber war trotzdem ganz schön dann bin ich weitergegangen zum deutschen schifffahrtsmuseum was auch direkt daneben quasi kann man schon fast sagen liegt das ist auch unbedingt sehenswert dort gibt es schiffe aus allen möglichen epochen tolle modelle begehbare schiffe raddampfer alles was man sich so vorstellen kann auch da sollte man unbedingt mal einen blick rein werfen kostete glaube ich 8 euro eintritt ist es allemal wert ja das war es auch schon aus bremerhaven ich hoffe es hat euch gefallen das video hat euch ja vielleicht ein bisschen lust auf die stadt gemacht wenn es so ist ja lasst mir doch einen daumen nach oben da abonniert meinen kanal und seid beim nächsten mal wieder dabei bis dann tschüss